Hi, herzlich willkommen zum Mythos Monday. In dieser Videoreihe werde ich dir jeden Montag einen Mythos vorstellen und dir verraten, ob er wahr oder falsch ist. Mein Name ist Marie, ich bin Hypnobirthing-Kursleiterin und Mama-Coach. Alle weiteren Infos zu mir und meinen Kursen findest du unten in der Beschreibung. Ich möchte gerne mit dem ein oder anderen Mythos rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett aufräumen und habe dir deshalb heute folgenden Mythos mitgebracht. Ein Baby, das im Becken Endlage liegt, muss auf jeden Fall per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Was meinst du? Wahr oder falsch? Ganz genau, das ist falsch. Man kann nicht generell sagen, dass wenn das Baby im Becken Endlage liegt, dass es auf jeden Fall ein Kaiserschnitt werden muss. Zum einen spielen hier noch ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein. Zum Beispiel, ob die werdende Mama vorher schon mal einen Kaiserschnitt hatte, wo die Plazenta liegt, wie lang vielleicht auch die Nabelschnur ist und ob es noch diverse andere Probleme gibt. Aber wenn ein Baby im Becken Endlage liegt, ist das generell erstmal nur dieser Faktor, kein Grund, einen Kaiserschnitt zu machen. Zum einen gibt es natürlich immer noch bis kurz vor der Geburt die Möglichkeit, dass sich das Baby dreht. Und zum anderen ist die Beckenendlage rein theoretisch auch eine Geburtsposition. Das Baby liegt einfach nur aus irgendeinem Grund falschrum im Becken. Die einzige Geburtsposition, die nicht funktioniert, ist die Querlage oder halt auch eine Schräglage. Aber aus einer Beckenendlage kann jede werdende Mama theoretisch ihr Baby auch vaginal auf die Welt bringen und braucht nicht unbedingt einen Kaiserschnitt. Hier lohnt es sich also auf jeden Fall nachzufragen und zu schauen, ob man eine Klinik findet, die einen bei einer vaginalen Geburt aus Beckenendlage unterstützt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video sehr gerne ein Like, teile das Video und abonniere den Kanal. Weitere interessante Videos findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie Deine Marie Untertitelung des ZDF, 2020